Moin liebe Leute und wir kommen zurück zu einer weiteren Folge, das Spiel des Lebens, oh mein Gott, gut, dass ich vorher noch nicht gestartet habe, das wäre schon wieder in die Hose gegangen, oh Gott, oh Gott, Ole hat wieder was gedroppt vor der Aufnahme, zum Glück haben wir es nicht in der Aufnahme gehabt, jetzt wollt ihr natürlich wissen was, ich sag's euch nicht, es ist ein berühmter Satz, ja genau, darauf reicht es hier, es ist ein berühmter Satz von dem Streamer, Montana Black. Ja, Spiel des Schönes meint ich, Spiel des Lebens, Alexa Deckenlampe aus, nee, Alexa Lampe aus, stimmt, ja genau, hab ich vergessen zu sagen, Schiffswrackplünderer, deswegen bin ich jetzt auch ein Schiffswrackplünderer, jetzt für lauter Aufregung ganz vergessen, von Grund auf frisch, na was ist das, von Grund auf frisch, ich hab aufgetischt, von Grund auf Fisch, Nee, Hella, von Grund auf frisch, Wasser hier von Hella, das ist ein Product Placement, ich kriege jetzt 2 Milliarden Euro von Hella, Invers, ist natürlich kein Product Placement, aber was ein Product Placement ist, dass ich jetzt 200.000 bekomme, das ist ein Product Placement, bist du, ich hab ein Product Placement für Kartrennen gemacht, dann habt ihr 200.000 bekommen, so läuft das, in einer Rewe, auf durch Kartrennen, ja, in Polen, ja, in Polen, in Polen, ich wollte gerade auf Uni drücken, ich bin auch ein bisschen, Burgstahler, 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 der ist ein guter Spieler, ja, das stimmt, der Einzige, der Tore macht, ne, bei Schrank Pauli, das ist absolut richtig, ja, und für ist er, reicht ja auch, und für ist er, Nee, ich kann das Star-Spiel nicht mehr, ja, ist egal, oh, ah, nice, also, das läuft, das ist sehr gut für dich, Ja, direkt Lohnerhöhung, jo, komm, gib ihm was Gutes, oder, nimm sie, Hallo? Ja, oh, mein Kollege, ich glaube, ich nehme Helene, ja, du bist mein Kollege, Fischer kann tatsächlich gar nicht so dumm sein, weil du zahlst mehr Steuern, ja, und wenn man, wie Ole weiß, dass man öfter darauf kommt, dann macht man mehr Minus, Rebe, im dritten Moment, aber einen Moment, das ist NFU, Sorry, super, super, Er ist halt überlegen, Single, Hey, das ist aber besser, Single kriegt mal mehr Geld, du Schwachkopf, Ja, aber ich will kein, ich will kein, kein Herz haben, Wichser, Oha, Ist gar nicht mal so blöd, Komm, bitte steuern, bitte, nein, Okay, immerhin, Hey, du willst doch ein Herz haben, Naja, okay, du willst 100.000 ver- Oh mein Gott, das ist gar nicht so dumm, Ich kann nicht so rumspielen, ich kann nur gewinnen, Ich kann nicht verlieren, das geht nicht, Ich kann nicht Spongebob, Das ist wie Spongebob mit diesem Greifer, Weißt du, mit diesem Kuscheltier-Greifer, Wo er immer was gewonnen hat, auch mit Augen zu und alles, Sei der Kran, sei der Kran, Ja, Ja, Du kommst jetzt ins Haus jetzt erst mal und dann, Watsch, steuern, Bin voll besteuert, Aber es sind eh nur 10.000, Ich würde sogar das Haus nehmen, Jo, nice, Kind, Ah, Gut, So, noch keine Frau, Aber ich hab ein Kind, Na, mal gucken, Was wird er klauen, Was klauen wird er, Ah, ein Junge, Warte mal, Als Frau, Als Mutter will ich eigentlich ein Mädchen, Oiga, Nimm sie, Nimm sie, Aus dem Krankenhaus hast du sie genommen, Krankenhaus, Oha, Was hab ich denn da, 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 Aber so ein Bulli da, Stimmt für Arme, Nee, für Beine, Ist das für Joe Biden, Ja, genau, Trump ist ja jetzt offizieller Wahlsieger der Bundestagswahl, Trump? Hm? Nice, Der hat auch gesagt, Dass er gewonnen hat, Er hat sich schon bedankbar, Ja, Nice, Einmal durch, Trump ist neuer, Bundeskanzler der Republik, Nice, Kongo, Sehr gut, Du brauchst keins kaufen, Tatsächlich, Nice, Hab ich auch grad gesehen, Stand gar nichts, Yo, Bitteschön, Nimm ruhig, Aussehen nicht schön, Ne, was, Das ist aber wirklich ein Moch-Auto, Ey, Was ist denn das für ein Auto, Ich dachte, Man kriegt einen VW-Bus, Weißt du, Wann man einen VW-Bus bekommt? Wenn man die Puzzleteile voll hat, Wahrscheinlich, Weißt du? Nice, Ich mein, Irgendwie sieht der cool aus, Sieht aus wie ein Bus, Aber irgendwie auch nicht, Aber irgendwie kippt er im Moment um, Ob ich das gefühlt, Der hatte was, Der rülpst hat, Was ist Rassismus, Was ist das, Das ich gerülpst hat, Oder dass ich einen blauen Mann, So einen Mann nenne, Ja, Einen blauen Mann, Mein ich, Der ist halt immer besoffen, Der ist, Der ist dauervoll, Bitteschön, Ja, Ich habe mir das da selber genannt, Das ist nicht so, Oh, nice, Das war eigentlich Bitteschön, Ich dachte mir auch gerade, Ich bekomme jetzt Geld, Ich kann nur gewinnen, Ich sag's ja, Nice, Komm, Nimm eins, Komm schon, Es sind noch schöne Teile dabei, Guck mal, Hier die Schule, Da ist noch, Haus am Ufer, Das kribbelt ja ein bisschen, Das ist mal unwirklich, Das Haus am Ufer ist ja mega krass, Das ist wirklich heftig, Das ist halt diese Villa sonst, Super doll, Aber es ist halt auch ein ganzes Haus, Und das am Ufer, Das ist natürlich, Eine Wertanlage, Keine Frage, Keine Frage, Volksversorgung, Keine Frage, Keine Frage, Keine Frage, Rebelkarte, Keine Frage, Geh mal in dein Mikrofon, Oh, Du bist leise, Eins, zwei, drei, Polizei, Vier, Vier, Sechs, Dir auch noch, Nicht so nah, Jetzt bist du schon im Mikrofon, Was, Wolken? Weißt du, Die ganze Zeit habe ich das Auto nicht gesehen, Und jetzt, Oh, Papagullis, Geil, Wow, Da sind überall Papagullis, Und du nimm so eine Kack-Kack-Muchkatze mit, Ja, Natürlich, Das ist so falsch bei dir, Ich hätte erstmal einen schönen Papagulli mit, Gama spült Tiff, Oh, Gama spült V, Nebel, Ich wollte dir eigentlich Geld gönnen, Auch Geld wäre doppelt gut gewesen, Für dreifache Gelder, Gralf, Ruf, Okay, Links rum ist schlauer, Weil links kannst du Steuern bekommen, Das ist egal, Zusätzliche, Ich nehme mir die Kinder, Ich klau mir die Kinder einfach wieder aus dem Krankenhaus, Wow, Okay, mach ich nicht, Egal, Brett Spülkampf, Ich will verlieren, Ne 10, Für Ole, Ja, Verlehre mal, Viel Spaß, Also eine Null würde ich dir gönnen, Aber wird schwierig, Darfst du so wie es ist, Einfach wegschmeißen das Brett, So, Ah, ich hab schon was, Ich hab eine Null, Wir hätten das nochmal so gespielt, Wo war denn das, War das mit, Mit wem war denn das, Ich hab mit irgendjemandem ein Brettspiel, Glaub ich gespielt, Der hat gesagt, Ja, wenn der Würfel vom Tisch fällt, Ist das eine Null, Was ist das denn? Hey, War das nicht Robert sogar? Weiß ich nicht, Also von mir kommt, Kommt das nicht, Wo ich mir so dachte, Was ist das für ein Blödsinn, Wenn der Tisch vom Fisch würfelt, Wenn der Tisch vom Fisch würfelt, Aber ich hab gerade gesagt, Wenn der Tisch vom Fisch würfelt, Ja, Du Fisch, Wenn der Tisch vom Fisch würfelt, Ich fall vom Glauben ab, Ich mach hier ne Hundefamilie, Katze, Okay, Katzefamilie, Oder ein Hund, Was ist das denn Ding? Jetzt hast du zwei Katzen, Eine Hundefamilie, Und dann zwei Katzen, Nice, Jetzt bekomm ich auch ein Upgrade, Als Auto, Mega nice, Hä, stimmt, Die Katze saß vorher neben dir, Das ist witzig, Das Kind sitzt direkt hinten, Das ist Rassismus, Und das ist auch Rassismus, Das sieht mir das Kind da nicht noch drin, Ohne, Hier ist dein Papier, komm, Also ich nehm Schere, Ich mach ne A1, Ich nehm das Loch, Oh, Ja, Bund darf man nicht machen, Das ist unfair, Ich nehm Pistole, Ja, Du bist auch so einer, ne, Der hat cheated, Ja, Ich nehm Eichhörnchen, Hehehe, Ein Schlatter Promo, Kann nichts machen, Ja, du hast gewettet, Oder ein Schlatter, Ich wollt grad drehen, Und hab mich gewundert, Warum dreht der so komisch, Ehe doch, Na was, Wir müssen gleich mal was Ut probieren, Ut probieren, Ich würd links nehmen, Ja, mach ich auch, Das ist aber schlecht, Weil jetzt kriegst du garantiert, 100.000 plus, Es sei denn, Du wirst besteuert, Guck mal, Jetzt machst du, Naja gut, Jetzt machst du, 50, Nö, Na ja, Ja okay, geht, Hätte schlimmer enden können, Schade, Ich wollt mir Geld geben, Gleichzeitig verlieren, Wow, Hehehe, 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 He? Oh Mann ey, Nimm ich die Buche, Wenn ich Schlaumann von Dokus werde, Ich wusste doch, Fernseher bildet, Mhm, Und so Dokus, Mit zwei, Was ich eigentlich vorhin sagen wollte, Wenn der Turfel, Oh Mann, Oh Mann, Hier, Hat die Frage, Was nimmt man, Okay, Neuer Versuch, Ja? Ich wollte eigentlich vorhin sagen, Wenn der Würfel vom Tisch fällt, Fängt man halt einfach nochmal an zu würfeln, weißt du? Ja, ist auch so, So kennt man das, So macht das, ne? Ja. Wer macht denn sowas? Wer spielt ja eigentlich Golf? Ich hab grad einen Golfschläger gehört. Du auch? Sorry, ich bin ja schon fertig. Ja, lol, das ist ja wirklich links ein Golfplatz sogar, das passt ja sogar. Nice, ey. Boa, Bong-Yong-Yol. Oh, das ist okay. Das ist gut. Da kann ich nicht viel verlieren und nicht viel gewinnen. Nächste Runde. Guck mal, jetzt ist die Polizei am Nachttag. La Polizia, es ist sehr großartig. Ole dreht am Rad. Jo, nice. Sergei. Rad. Pelirojo. Pelirojo. Geile ist, meine Philips Hue Lampen hinterm Bildschirm, die wechseln auch die ganze Zeit die Fahrer, wenn man am Rad dreht. Ja, cool. Ja, nice. Ja. Oha. Ich wusste ja, dass du was nimmst. Ich auch. Bin sie. Ich gönn dir nicht so viel Geld. Ne. Du drehst doch die ganze Zeit Geld. Denk dran. Ja, du bekommst ja 10.000. Ich hab eh so viele Bücher, das ist egal. Das passt schon. Das ist schon okay. Ich wollte dir nicht zu viel Geld schenken, weil wenn du nachher die 80.000 machst oder ich die 200.000, dann wär ich richtig gefickt. Dann wär das viel zu viel. Ich glaube, zu gefährlich. Kofi Boateng. 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 Guck mal, ich sag ja, du drehst noch ein paar Mal. Quatet. Oh, die Yacht ist schon nice. Oh, eine schöne Yacht. Ich geh ja auf die Yacht. Ja, ich auch. Pass auf, ich geh auf die Yacht nach den roten Feldern hier. So geht das. Ich zeig dir das. Oha, nee. Oha. Ich hab ne Million. Guck mal, rechts der Liegestuhl ist auch rot-schwarz. Hast du gesehen? Was für ein Zufall. Das ist der Glück, Glück, Pech, Glück, Pech, Glück, Pech. Bei mir ist der Nila. Ernsthaft? Ja. Nila Rosa ist der bei mir. Hä? Jetzt ohne Flax? Ja. Ja, ohne Flax. Ohne Flax. Ja, guck mal. Ohne Flax kann du packst. Oropax. Nice. Ich glaub, du packst's. Ich pack das. Ich pack das schon. Was denn? Weißt du, was ich gerade merke? Pro Teil, ne? Pro, pro, äh, pro Herz oder Buch, ne? Pro Seil. Kriegt man ja auch, kriegt man ja auch 20.000, ne? Das ist ja eigentlich voll Kacke. Jo. Scheiße. Dann war das doch so nicht gut. Da hab ich nur 60.000 gemacht mit den Büchern. Mit den Büchern. Links musst du riskieren. Das ist richtig. Aber eigentlich, weiß ich nicht. Also Risiko ja. Aber diese Wahrscheinlichkeit, dass man Plus macht, ist da eigentlich viel höher. Also in irgendeiner Weise. Also in irgendeiner Weise was Gutes halt halt. Nice, ey. Ja, das mein ich. Das war eigentlich... Eigentlich ist der Risikowicht dumm. Ja, ist er auch. Egal, ich kann nur gewinnen. Ich sag's ja. Oh, der holt sich auch nochmal 100.000. Oh Gott, ich lache. Was war das denn jetzt für ein Cheat drehen? Kannst du mal richtig drehen? Ja. Jetzt mal im Ernst. Dreh doch mal richtig. Dreh doch mal richtig, ey. Der ist doch langweilig. Ja. Hier. Warte. Das geht nicht. Du musst ihn richtig machen. Siehst du? Oh. Ja. Aber ich wollte keine 50. Aber siehst du, dass das geht? Das ist gut gemacht. Oder auch mit der Scheiße, Ole. Ja. Mann, ey. Hier, jetzt dreh ich mit Leertaste. Siehst du das, dass ich drehe? Ja. Ja? Dann haben die das gepatcht. Ja. Vorher hat man das nie gesehen. Das ist cool. Dann kann ich auch mit Leertaste drehen. Das ist für ein spannender. Nice. Und die Abschluss. Dann geht es. Ja. Muscheljuwelier. Schon wieder? Oha. Eiskrebsskulptur. Mehr Steuern hat. Ich hoffe, dass sie noch ein Steuerfeld bekommen. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch. Ne. Hm? Klar, ich habe noch mindestens drei Steuerfelder vor mir. Also potenziell. Geht aber richtig. Das war richtig gedreht. Da würde ich mich nicht beschweren. Der geht aber richtig ab mit Leertaste. Also da kann man nicht falsch drehen. Und steuern. Ich habe sogar vier Steuerfelder vor mir. Jetzt habe ich noch eins vor mir. Und das jetzt. Da drehe ich aber per Hand. Weil das bringt mir ja Pech. Oh, nice. Naja, ist egal. Ist ein Plus-Minist-Null-Beschuss. Aber dafür darfst du nochmal am Rad drehen, oder? Nee. Gönne ich dir auch. Du kriegst noch ein paar Honigs. Oder das ist richtig kacke eigentlich. Dass ich mir so viel Zeit lasse. Du kriegst Geld ohne Ende. Das ist unnäulich. Lollig und Bollig. Ich sag ja, im Schlechtsein bin ich sehr gut. Ja. Gut, sag ich so. Gut. Ja. Vielleicht. Ich weiß, beende das Ding mal. Wunderschön. Ja. Hat mich wohl gewonnen, ne? Jo, Glückwunsch. Ja. Dann noch ein Wunsch. Oh, nice. Was war da denn los? Ah, was war da denn los? Ja. Aber das Glückwunsch auf meiner Seite. Ja, absolut. Ich hatte ein schönes Leben. Das ist die Hauptsache. Jo. Geht renn. Geht renn. Ich hab gewonnen. Ja. Danke. Ich hab gewonnen, aber ich hab verloren. Danke für den Sieg. Sehr schön. War ein schönes Spiel. Ich hab mal wieder gewonnen. Na ja, ne? Nö, stand da also. Jo, ist richtig. Jo. Ich laber nicht rum hier. Ich hab's richtig, aber ich hab's falsch. Die Grüne hier. Ich hab gewonnen. Gut, meine Damen und Herren, das war's mit der Folge. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal rein. Und wieder rein. Tschüss. Tschüss.